Ich bin eigentlich auf die Rega gekommen, als ich in der Lehrsteller-Suche gewesen bin und dann sind wir in die Skiferien gefahren und dann habe ich so einen roten Helikopter gesehen, der durchgeflogen ist. Dann habe ich mir gedacht, ja die Lehre bei der Rega wäre eigentlich auch noch etwas Spannendes. Ich finde halt Menschen helfen etwas mega Schönes und auch wenn ich jetzt nicht die bin, die Menschenleben retten, bin ich trotzdem auch ein Teil davon. Rega bilden die Lernenden aus, weil es für Rega wichtig ist, einen Beitrag zu leisten bei der Ausbildung von Fachkräften für die Zukunft. Wir möchten hier den Beitrag für die Gesellschaft leisten, aber natürlich auch für uns selber, dass wir gewährleisten können, dass wir nach dem Lehrabschluss coole Lernende haben, die wir übernehmen oder gewappnet haben für die Zukunft. Und uns ist auch wichtig die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Generationen, dass wir das fördern können und voneinander lernen können. Bei mir ist es wirklich ein Traumjob, dass ich das machen darf und mit jungen Leuten zusammen arbeiten darf. Ich kann die Lehre bei der Regel machen, weil beim Schnuppen habe ich gesehen, dass es abwechslungsreich ist, weil man mit Flugzeugteilen arbeitet, mit medizinisch Verbrauchsmaterialien und Biomaterialien. Wenn ich in der Praxis bin, kann ich auch die Zeit fragen, wenn ich eine Frage kann. Sehr hat mir vieles beigebracht, wie nächstes macht, wer da die Lehre da gemacht hat. Und man kann auch mit den Sturzpässeln machen. Wir Lernende haben schon regelmässigen und einen guten Austausch. Egal ob erst, zweit oder drittes Lehrjahr, man sieht sich regelmässig, man unternimmt Sachen, geht mal zusammen, geht zu Mittagessen oder so. Und das finde ich mega cool. Auch die anderen Lernenden, mit denen habe ich es gut fühle, mein Wohl da. Bei der EGA wechselt man alle halben Jahre die Abteilung, ausser im letzten Lehrjahr. Dort bleibt man in einer Abteilung fix und das bringt halt auch ein mega abwechslendes Spiel. Die EGA hat mich schon immer fasziniert und darum arbeite ich auch immer noch jetzt bei der EGA nach meiner Lehrzeit und über die Chance bin ich auch sehr, sehr dankbar. Neben meinem Job hier als Teamleiter bin ich auch noch als Standchef bei Peer-Aktivitäten unterwegs und es fasziniert mich jedes Mal, wie die Leute von der EGA begeistert sind. Der Standort der EGA, ich meine, es ist direkt eigentlich an der Startpiste und wenn man dann so einen Jet starten sieht oder ein Heli zu fliegen kommt für eine Wartung, zeigt es dann halt auch immer ein, für was man arbeitet und das ist wirklich auch mega cool.